Es ist mal wieder Zeit für einen Speedrun und nachdem ich irgendwann 2015 oder so Super Meat Boy schon in Weltrekordzeit in unter 10 Minuten, obwohl der andere Weltrekord bei 20 Minuten lag, durchgespielt habe, ja, das war schon ziemlich geil. Jetzt habe ich mir gedacht, es wird mir wieder Zeit für ein weiteres Spiel und lustigerweise ist bei Hotline Miami derzeit, und was heißt derzeit, ich habe mir einige Speedruns angeguckt und die sind auch alle so ungefähr bei 20 Minuten, also wir haben ein ähnliches Spiel und ich denke mal, wir kriegen das wieder hin, diese Rekorde da zu brechen, also unter 20 Minuten definitiv, definitiv. Diesmal lasse ich auch eine Uhr mitlaufen, die werde ich sofort anfangen, sobald ich im ersten Level bin, wird die hier nebenbei mitlaufen, sodass am Ende keine Verwirrung entstehen kann und sodass jedem klar ist, dass ich hier den Weltrekord abgelegt habe. Schnell und effizient, ja, ja, das bin ich sowieso immer, das sind meine zweiten und dritten Vornamen. Und alle anderen spielen hier mit Tony, aber ich werde mit Peter spielen, ja, das macht es noch schwieriger. Und dann ist er ganz schnell, zack, zack. Also ich kann jetzt einfach reingehen in den Auseinander. Da stehe ich das Messer in den Fressen. Hallo? Ich ermöbel den und kann jetzt einfach hier über den Haufen schießen, weil er sich keine hört. Ich habe mir das ja schon ein bisschen schwieriger vorgestellt, muss ich sagen. Aufs Maul, aufs Maul, aufs Maul und aufs Maul. Ich nehme den Graf hier mit und gehe weiter. Okay, das war dämlich. Zack. Ich bin euch noch drin. Sieben. Reicht für den Typen? Hat der hier nicht mal Waffe gehabt? Jawohl. Nein, ich bin so dumm. Wasch ich ganz schnell durch. Seht ihr? So macht man es. Zack. Du wirst erschossen. Du wirst auch erschossen. Und hier schmeiße ich das Ding in die Fresse. Oh, Leute. Die ist leer. Die ist leer. Die ist leer. Jawohl. Da geht er down. Das war ja einfach. Nein, die hat sechs Dinge. Oh, mein Gott. Halt, da hinten war noch einer, ne? What the fuck? Der hat um die Ecke geschossen. Habt ihr das gesehen? Na komm, leck doch nicht. Das ist wertvolle Zeit, die mir verloren geht. Ich wollte gerade sagen, das ist ein ganz einfaches Level. Aber wenn ich mir so viel Zeit lasse, dann eben nicht. Ich muss da gar nicht mal durch rushen. Zack, jetzt brauche ich mir die hier. Bam. Du bist drauf. Das Ding wird zerstört. Und ich habe nur noch eine von sechs. Ich brauche deine Waffe da oben. Dankeschön. Easy. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Lol. What? What? What the fuck? Ich nehme jetzt die hier und dann zeige ich euch mal, wie man diesen Level ganz schnell durchspüren. Zack. Nein! Fuck. Oh nein! Ich habe mich gerade so gefreut, dass ich den Hund auch noch mitgenommen habe. Och, fast! Nein! Ich hätte mir eine andere Waffe mitnehmen sollen. Fuck, war das knapp gerade. Holy shit. War das knapp gerade. Ich meine natürlich, so mache ich das immer. Na los, komm her. Ich muss ihn nur ein bisschen verarschen. Und aufs Moll! So, noch ein zweites. Zack. Immer so ein bisschen mit dem Spielen, ne? Und aufs Moll. Und aufs Moll. Und Home Run. Nee, nicht Home Run. Hole in One. Und ganz schnell wieder raus. Wir wollen ja keine Zeit verlieren. No, hopp. No, hopp. Scheiß Aufzug! Da, zack. Easy. So, 151 Sekunden erzählen wir noch nix. Das waren hundertprozentig nur die Hälfte. Okay. Ich muss es aber mal ganz kurz zur Pause machen. Ja, ich weiß. In einem Speedrun ist es... Aber ich halte die Zeit auch an und so weiter und so fort. Also, ich bin gleich wieder da. Eine Stunde später. Zwei Stunden später. Drei Stunden später. Denkst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder aus? So, weiter geht's. Das werde ich jetzt einmal geschnitten haben, ne? Machen weiter bei Push It. Oh, leul. Jetzt bin ich reingelaufen. Das war natürlich nicht meine Absicht. Oh, oh. Da hat alles dazu. Oh mein Gott. Okay, und jetzt raus. Easy, Leute. Easy. Zack. Auf die Ommel und weg. Wisst ihr, so macht man das. Bart, von da hinten. Von hier. Nein! Diese Drecksviecher. Okay. 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 Oh leu, jetzt hab ich noch geglaubt. Wieso hab ich seinen scheiß Job nicht aufgehoben? Ach komm ey, das kann ich doch eigentlich... Nein, jetzt glaub ich da durch. Ich hat's doch gerade. Ja, endlich, hopp jetzt, komm. Ja, ich will nicht sehen wie er... So, tschüss. Alter Schwede, was war das jetzt? Nein, du Penner! Oh mein Gott, ich war so kurz davor. Genutzt! Oh mein Gott, geh bitte weg! Danke. Er kommt wieder. Oh Mann ey, jetzt verliere ich so viel Zeit. Okay. Yes! Was? Ähm, hallo? Fettsack? Okay. Ich frag nicht. Alter! Nein! Sag mal, bin ich zu doof und... Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Das ist... Alter, ich bin echt so doof gerade für alles. Für alles! Für alles! Nein! Ich hab dich viermal so abgeknallt! Und du rennst trotzdem auf mich zu! Bats, 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 Bats und Bats... Ja, ist gut! Es reicht! Nur weil ich versuche so schnell wie möglich durchzukommen, heißt es nicht, dass du da zehn Jahre mit verbringen kannst, den Typen kaputt zu hauen. Heieiei! Oh fuck! Ähm... Ähm... Hallo? Zeit? Hallo? Shit. Hat keiner gesehen. Schneid dich raus! Schneid... Alles okay! Das... Ne! Ne, das geht! Das... das ist okay! Oh lol! Ich hab den Typen nicht umgebracht! Ja, das mit der Zeit, wie gesagt, das... Es ist nichts besonderes! So, hopp! Aufs Maul, du scheiß... Bats... Na komm! Oh Gott, echt jetzt? Jawoll! Na... Ah, ah, ah! Beim ersten mal? Huhuhu! Ähm... Ich mein natürlich... Easy! Das ist ja... Kein Ding! Das schaffe ich ja... mit Links! Also... Ne... Das war auch gerade überhaupt nicht knapp! So... Hopp los! So, sechzehntes Kapitel! Junge! Autsch! Alter, ich bin so scheiße! Hä, hä, easy! So, hopp! Oh mein Gott! Wow, das ist knapp gerade! Ich wollte unbedingt alle Messer behalten, weil die sind hier sehr wichtig. Autsch! Natürlich, wenn du gut spielst. Nicht so wie ich gerade. Sag mal! Nein! Jetzt bin ich an dem Typen fuchtelt, vorbeigerannt. Jawoll! Eins! Zwei! Oh, ich bin so dumm! Ich muss den vorlocken! Eins! Zwei! Mit der Hand! Zwei! Oder die stellen sich beide so dämlich hin! Nein! Ich bin so doof! Ich bin so schlecht! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Bin ich kacke! So geht's auch! Oh nein! Und jetzt geht's auch? Oh! Endlich! Endlich! Damit ist die Geschichte eigentlich falsch Weil ich die hier nicht umgebracht habe Achso, den Typen hier Ah, tschüss Jo, da kommt Richard Wo war eigentlich, war nicht Richard Ich glaube Peter Was Mensch, war das schwierig Holy fuck Ich habe euch nur Angst an Ah, ich habe keine Nerfs mehr Okay Damit ist es eigentlich durchgespielt Weil jetzt Kommen wir zum Finale Zum Ende Resolution Willkommen Ganz schnell Geh da rein jetzt Geh da rein Muss ich sie eigentlich töten oder nicht? Ich glaube nicht Dann lass sie ja Und Time Yeah Ich glaube das war tatsächlich der schnellste Run Den ich bisher gemacht habe Unter einer Stunde Auch wenn der teilweise ziemlich schlecht war Ich meine natürlich Guckt euch die Zeit an Und man War das gut Von mir Ich bin's halt Da kommt halt einfach niemand dran Niemand Das Ich habe es euch ja angekündigt Problemlos Jetzt fahren wir hier Richtung Sonnenuntergang Den ihr nicht seht Weil das aus der Vogelperspektive gezeigt wird Aber ich Weiß das natürlich Weil ich so ein Profi in diesem Spiel bin Und mich so gut auskenne Tja Meinst du, die glauben mir das? Ja Ja, ja Aber glauben wir dich Ja, ja Ach, keine Ahnung Gibt noch ein paar Spiele Wo man das machen kann Mal gucken Ob es noch so ein paar gibt Ich wünsche noch was Womit ich die Leute weiter verarschen kann Oh shit Die Aufnahme läuft noch